Ich glaube, wir können damit leben heute. Natürlich wäre es schön, jetzt endlich auch mal einen Heimsieg zu haben. Wir hatten auch genug Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz haben wir wieder zu Null gespielt zu Hause. Und ich glaube, heute können wir auch positiv viel rausnehmen. Ich meine, die zweite Halbzeit war ein bisschen schade. Aber wir konnten es besser machen. Ich glaube, wir haben nicht genug in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir mehr Chancen. Ich meine, ein Punkt ist nicht genug. Ich glaube, wir könnten drei Punkte nehmen. Das ist ein bisschen beeindruckend. Ja, war sehr gut. Ich habe mich gut gefühlt. Ich habe versucht, alles reinzuhauen. Ich denke, wir haben auch nicht viel zugelassen hinten. Wir standen stabil. Wenn ich Glück habe, geht mein Schuss rein. Ja, war okay. Ich bin zufrieden. Wir haben auch einen Punkt mitgenommen. Es ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Wir müssen weitermachen und trotzdem ein gutes Ergebnis und weiter dran bleiben. Gewünscht hätten wir es ja alle. Und als du wieder reinkamst, gab es auch Applaus, dann sofort die Schieberrufe. Ja, wenn ich es mir malen könnte, hätte ich es mir natürlich auch so gemalt, wie du es gesagt hast. Aber leider ist Fußball ja trotzdem kein Wunschkonzept, Klassiker. Aber ich werde trotzdem noch ein Schiebertor bald zählen. Von daher, macht dir keine Sorgen. Ja, ich denke, wir haben die drei Punkte gewonnen. Und wir könnten es heute haben. Ich denke, wir waren in der ersten Halbzeit sehr stark. Wir hatten viele Ballpositionen. Wir mussten counterattacken, wenn wir sehr gut brauchten. Und wir hatten die Möglichkeiten. Auf einem anderen Tag haben wir ein paar Goal in der ersten Halbzeit gewonnen. Und ja, wir haben die drei Punkte gewonnen. Aber es war nicht so. Aber ich denke, es war trotzdem eine gute Leistung von den Leuten. Wir, wie ich gesagt habe, haben wir das Spiel für die meisten kontrolliert. Ich bin froh, wenn die Leute Spaß haben an Ostern. Jeder, der Eier sucht vom Osterhasen, was findet, ist glücklich. Und wenn es ein Ei ist, ist es ein Punkt. Wenn es drei Eier sind, ist es natürlich mehr wie heute. Aiets.